Die Suche nach der großen Liebe kann schnell zur Obsession werden. Vier Warnzeichen, dass du dir zu viel Druck machst. Erstens, du ignorierst wichtige Signale. Beim Dating sieht man oft nur das, was man will. Glück liegt aber nicht darin, sich mit jemandem abzufinden, sondern jemanden zu finden, der wirklich zu einem passt. Zweitens, du überstürzt Dinge. Wer Dinge überstürzt, sucht häufig nur das Gefühl von Fortschritt. Beziehungen brauchen jedoch Zeit, um sich zu entwickeln. Denn genieße die Zeit ohne Druck auf den nächsten Schritt. Drittens, du setzt dich selbst unter Druck. Ständiger Vergleich mit anderen erhöht nur den Stress. Fokussiere dich lieber auf Dinge, die dir Freude machen. Die richtige Person kommt, wenn die Zeit reif ist. Und viertens, du bist erschöpft vom Dating. Dating sollte Spaß machen, kein Zwang sein. Fühlt es sich wie eine Pflicht an, droht ein Dating-Burnout. Es ist wichtig, gelegentlich eine Pause einzulegen. Finde zu dir selbst zurück und nimm den Druck raus. Die Liebe kommt, wenn man sie am wenigsten erwartet.